Zur Seite, Leute! Geht zur Seite! Ich will sie festnehmen! Nein, Britton, was zum Henker geht hier denn bitte vor sich? Sieh einer an. Wie ganz und gar nicht überraschend, war ja klar, dass sie früher oder später aufkreuzen, Hastings. Raus damit! Welche Beweise haben sie denn in petto, dass sie das war? Ja, ich dachte mir schon, dass sie für ihren Unschuld plädieren, da sie ja den Großteil ihrer Fälle für sie löst. Den Großteil ihrer Fälle für sie löst. Ich plädiere für überhaupt nichts, aber wenn sie einer festnimmt, dann bin ich das. Nein, ich frage lediglich, welche Beweise haben sie dafür, dass Cat die Mörderin ist? Oh, ich besorge ihnen ihre Beweise, Hastings, sobald wir sie im Yard in die Mangel genommen haben. Alter, Folter, um Beweise zu bekommen. Ja, das ist halt echt ganz oft der Fall, dass die Stanzanwalt oder die Polizei dann wirklich dann... ...zu Mitteln greifen, damit die Leute einfach nur sagen, ja, ich war's, damit ihr aufhört. Ja, eben. Ja, traurig. Das ist völlig übertrieben und das wissen sie! Und was soll denn bitte diese Kraftmeierei? Was ist denn Kraftmeierei? Na halt so, ich bin der Geizte. Ich dachte, wenn man mit Ketchup rummeiert... So, den verschüttet überall hin. So. Ich verstehe kein Wort von dem, was sie sagen. Wahrscheinlich, weil ich diese Ermittlungen leite und nicht sie. Das mag ja sein, aber ich werde nicht einfach tatlos dabei zusehen, wie sie eine Verdächtige unter Druck setzen. Ah, das ist dein Los. Pff, hab ich noch richtigzeitig weg. Alles gut mit deinem Bauch? Ja. Okay. Ich mach mir nur Sorgen. Hm. Da fahren die beiden Bullen ja ganz schön die Krallen aus. Äh. Da fahren die beiden... Und so weiter. Ich habe das miese Gefühl, dass ich nur strax ins Gefängnis lande, wenn der Chefinspektor Brighton mich verhaftet. Also werde ich mich einfach empfehlen. Macht's gut. Wo soll's denn hingehen, junge Dame? Sie wollten sich doch nicht etwa aus dem Staub machen. Ach, Menno. Ich lenke sie ab, Miss. Lauf weg, solange du noch kannst. Danke, Ernest. Du bist ein Engel. Für dich doch immer, Miss. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Nein, das... Tut mir leid, Chefinspektor, aber an mir kommen sie nicht vorbei. Pff. Sie... Sie versuchen allen Ernstes, sie zu beschützen? Keine Chance. Tut mir leid, ich rühre mich nicht vorm Fleck. Ich komm nicht um ihn herum, Inspektor. Bleiben Sie auf der Stelle stehen, Katria Layton. Ciao. Tschüssi. Ich habe leider total vergessen, wie das geht. Wo soll's überhaupt hingehen, Cat? Keine Ahnung. Achso, ja, den Lady Layton Anime gibt's ja auch noch. Ich hab den noch nie gesehen. Ich hab nur den Trailer gesehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn denn sehen will. Ich auch nicht, deswegen mal sehen. Ja, reicht mir schon das Spiel. Ist der Anime denn am Spiel orientiert, sodass man das Spiel spielen kann, um den Anime nicht sehen zu müssen? Das ist echt fies, als jemand, der eigentlich voll die Off-Layton-Spiele abfährt, aber... Das ist ohne den Professor. Keine Ahnung. Also, ich hab nur den Trailer gesehen. Vielleicht selten mit Professor bei dem Anime. Vielleicht ab und zu so in... Mal gucken. Okay. Wie bitte? Im Wesentlichen einfach so weit weg von hier wie möglich. Aber fürs Erste reicht das Ende der Chance Lane. Komm schon, Scholl, schwing die Hufe! Hufe? Du verwechselst da was! Puh. Ja, Kira hat reich. Das Spiel ist bis jetzt nicht sonderlich überzeugt. So, ähm, wollen wir vielleicht, äh, erstmal ein paar Leute befragen. Äh, Hinweisen müssen, ja! Verschwinden von hier und zwar... Oh, da ist was, da ist was in der Laterne da. Okay. Ein Rätsel! Hm, ist aber schwierig. Schau mal, Scholl, ich muss zwar ganz schnell weg, aber da versteckt sich ein Rätsel. Dabei solltest du dich eher verstecken, du weißt schon. Vor der Polizei. Aber ich kann doch kein Rätsel einfach umgelöst lassen. So etwas würde eine englische Lady nie tun. Okay. Diese Stelle hat was. Aber nur, weil sie einfach so dermaßen ironisch ist. Ja. Aber sie würde vor der Polizei flüchten? Äh, na gut. Dann probier's mal. Aber wir sollten jetzt echt fliehen. Ja. Ja, die, die, die schwarze Null bei den Rätseln. Wir, 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 also dieses Rätsel, äh, oder die meisten Rätsel in diesem Spiel sind tatsächlich typisch deutsch. Die wollen die schwarze Null. Dreid gefächert. Verwende diese drei Formen, um vier identische Fächerformen zu erzeugen. Du kannst nur die Vierecke bewegen. Äh, was? Ja, du musst die auf das Ding bewegen. Wenn du sie verschiebst oder sie antippst, um sie zu drehen. Du erhältst eine Fächerform, indem du den Radius eines Kreises mittels eines Bogens mit einem anderen Radius verbindest. Weißt du? Okay. Moment, darf ich das nochmal irgendwie? Hä? Den Radius eines Kreises mittels eines Bogens mit einem anderen Radius verbindest? Ich hab das irgendwie nicht ganz... Na, das soll als Fächerform. Vier, äh, vier identische Fächerformen. Identische auch. Aus diesem Ding da. Ja, im Hintergrund vom Text die Störfächer. Okay. Aber die... Achso, die... Nee, die müssen aber nicht so aussehen zwangsläufig, oder? Nee, aussehen ja nicht, aber formen. Och Gott, nee. Vier identische, vor allem wie... Und vor allem alle vier Formen gleich, oder wie? Entscheint. Och Gott. Ich bin aber auch noch nicht sicher, was ich mit diesen... Was ich mit den Fähigkeiten machen soll. Ja, eben. Also, man soll da irgendwas mitmachen, dass... Hm. Wenn ich das mache und das mache, dann hab ich zweimal ungefähr das gleiche. Aber das muss ja irgendwie... Ist jetzt die Frage, müssen die denn alle gleich groß sein? Ich hab's. Och. Am besten gar nichts. Nein, natürlich nicht. Tut mir leid, ich hätte noch vielleicht gewartet mit Bestätigen, aber... Ist ja automatisch. Ja. Okay. Man soll aus der ganzen Sache irgendwie Flächer machen. Ja, das ist... Ich hasse solche Rätsel übrigens. Ist... Man darf halt echt nicht zu kompliziert denken. Ja, das denke ich mir auch, dass das irgendwie so sein wird, aber... Also, die Viererke haben die richtige Form. Also, die hatten eben die richtige Ausrichtung. Ja, ja, das war mir irgendwie jetzt klar, dass das sein würde. Nee. So nicht. Das geht ja... Oh, doch. Doch. Doch, so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Ja. Alter. Ich hab schon... Ich hab schon am Anfang irgendwie gedacht, das wird wahrscheinlich mit dem Papier da auch zu tun haben. Naja, das sowieso. Ja. Äh, Mann. Oder ist das Papier überhaupt gewesen? Ja, klar. Die Form. So. Hat bei mir ein bisschen zu lange gedauert, um da drauf zu kommen. Alles unter Dächer und Fächer gebracht. Teilst du den Kreis in vier Teile, erhältst du oben, unten, links und rechts je eine Fächerform. Fantastisch. Na, da mag ich ja lieber dieses komische mit dem Kreis aus dem zweiten Teil. Mit dem Kreisplatz und unten noch was dran. Nee, das war noch schlimmer. Ja, bei mir war es so schlimm, weil ich erst nur den Kreis gedacht hab und nicht das drunter. Nee, das war ja noch mit Berechnen und so ein Scheiß. Nee, eigentlich nicht. Es war nur, das in Einzelteile zu teilen, die man dann miteinander zusammenpackt. Also, dass man es zerschneidet und irgendwann kriegt man mit und das Rechnen war dann nur noch ein Quadrat. Wenn du dann mit 10, das Spiels ist, wenn du das mit 10 spielst, ist das dann erstmal auf den ersten Blick. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall weiter. Wie hast du das Rätsel da oben im Licht überhaupt entdeckt? Das blendet doch. Sehr nett von dir, das zu sagen, Scherp. Ich bin nun mal eine blendende Persönlichkeit. Hä? Das hat... Oh! 10 Hinweismünzen! Dafür lohnt es sich doch nicht abzuhauen. Noch eine Hinweismünze! Ja, hab ich auch schon. Irgendwo im... Nee. Die große Uhr... Ich denke mal, irgendwo ist noch was. Ähm, es ist eine Kuriosität in der anderen Laterne. Ja, die hatte ich schon. Nee, 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 die nicht. Nee, stimmt. Hatte ich nicht. Honig-Hörnchen. Ah, Honig-Hörnchen klingt ein bisschen wie ein Kosename. Im, äh, Leighton-Dingens. Im Leighton-Dingens. In dem... Das hatte jetzt aber nicht mehr 10 Münzen. Das hatte doch mal irgendwann, glaube ich. So. Reden wir mit Ihnen? Nein. Quatsch. Dann müssen wir... Äh, können wir ja probieren. Auch da mit ihr. Mit wem? Na, mit ihr. Mit der Frau. Ah, ja. Genau, vielleicht gibt es ja hier noch ein Rätsel. Na, eben. Genie. Genug geplaudert. Wenn wir uns nicht schnellstens verdünnisieren, erwischen die uns noch. Da hast du recht. Kommen wir in die Gänge. Okay. Ja, okay. Jetzt langsam, aber sicher. Stell dir mal vor, ich hätte das noch mit Marc gemacht. Wir wären da noch 10 Minuten geblieben. Einfach so. Ja. Ohne was zu tun. Und hätten wahrscheinlich einen Passer uns eingespielt. Wohin jetzt? So, ein Mist. Wir haben keine Zeit hier groß zu planen. Das hier ist ein Rennen und wir müssen in Führung bleiben. Ich weiß, aber ich bin es nicht gewohnt verfolgt zu werden. Normalerweise bin ich die, die die anderen nachsetzt. Oder Leute tötet. Nein. Und vor allem, wir, 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 wir. Na, na, genau. Da ist doch noch unser Restaurant und wollen Sie nicht etwas essen? Achso, der kommt jetzt. Ah, natürlich, ja. Ciao, Bella. Wie schön, Sie wiederzusehen. Oh, hallo. Ich wollte gar nicht lauten, aber Sie werden von der Polizei verfolgt. Gehen Sie zu den Handybrüdern. Die werden Ihnen sicher helfen. Gute Idee. Dann mal los. Lassen Sie sich nicht erwischen. Ich weiß, dass Sie keine Mörderin sind und Sie sind ja unsere beste Kundin. Niemand, der Gutes essen, so sehr zu setzen, weiß wie Sie. Würde je ein solches Verbrechen begehen. Ein Angebot abnehmen, das man nicht annehmen kann. Ähm, danke. Ciao und seien Sie vorsichtig. Ein Glück, dass er nicht mag. Was, Kat? Ja, es hat sich bezahlt gemacht, dass ich hier so oft esse. Ich hätte nie gedacht, dass dein zügelloser Appetit uns mal retten würde. Aber egal, genug gequasselt. Gehen wir schleunigst zu Handysladen. Zum Handyladen. Ja, ich dachte wirklich erst bei den Handybrüdern, aber da ist mir ja eingefallen, dass es ja Terry und Jerry. Ja, natürlich. Und ich weiß sogar noch, welcher welcher ist. Ja. Ich sag's dir gleich dann noch. Mhm. Mhm. Du hast recht, Jerry. Die dürfen mich nicht in die Finger kriegen. Die halten mich für eine Mörderin. Mhm. Dum, 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 dum. Oh, das ist also der Hut. Tja, egal ob ohne Hut. Gut, bleibt gut. Oh, jetzt hab ich das gar nicht vorgelesen. Naja. Irgendwas. Ja. Natürlich hat Katja Adler die Besitzerin von Adlers Nets nicht umgebracht. Doch, wer war's? Ich bin mir nicht sicher. Der Butler. Der Butler. Es ist immer der Butler. Und da oder das beste Paar. Ja. Also ich hab schon zwei Hinweismünzen. Ja, wo? Einmal in der Turmuhr und einmal in dem, äh, in der Laterne hier. Und einmal im Busch. Und einmal im Busch. Im Busch. Im Busch. In die Busch. Bibbidi-bubbidi-busch. So, äh, ist irgendwo vielleicht noch was Verstecktes? Sieht nicht so aus. Nee. Also, das beste Paar? Ja. Mal sehen, ob sie es überhaupt noch sagen, weil bisher haben sie ja nicht so. Du wirst nicht glauben, was passiert ist, Judy. Einfach super. Nein, ich meine einfach furchtbar. Ein Mord hier in der Chancellor Lane. Oh nein. Das ist ja grauenhaft. Keine Angst, Judy. Ich werde dich beschützen. Bei mir bist du sicher. Komme, was wolle. Oh, Punch. Mein Held. Das ist so ätzend. Ja. Hey, da hinten ist ja... Der Butler meinte ich doch. Huch, da. Ja. Meinte ich doch. Ach, der Butler, den meintest du. Ach so, na, dann machen wir den mal. Was dachtest du denn? Ich dachte, irgendein Butler. Der Butler von Miss Adler. Adler. Schmadler.